Nächstes Mal bei Heldenländle. Ich bin Leanne Lippertz, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Friedrichshafen und bin beruflich Radsportprofi. Bei vielen Rennen kriegt man bei den Männern fast zehnmal so viel wie bei den Frauen, was einfach nicht fair ist. Heldenländle, Freitag, 18.30 Uhr bei Regio TV. Ich bin Leanne Lippertz, ich bin Leanne Lippertz.